Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin mit einem neuen Unboxing und einem neuen Hardware. Und Hardware-Check natürlich auch zu einem neuen Ligavo-Produkt. Und zwar, wenn wir das mal auspacken, so, Gumminippel, Fernbedienung, ach Quatsch, Fernbedienung. Das ist, warte, ist das eine Fernbedienung? Ne, das ist ein Stecker. Ach, bin ich heute wieder konfus. So, User Manual. Unten ist nix. So. Und zwar haben wir hier einen HDMI-Audio-Extralator. So, wir haben das User Manual, wir haben die Gumminippel, wir haben einmal eine. So. Und wir haben das Gerät an sich. So. Und das ist das Gerät an sich. Ich kriege einen Anruf. Ich muss da leider erst mal abbrechen. Aber das Unboxing ist soweit auch schon durch. Und ich begrüße euch denn demnächst im Hardware-Video, hoffe ich doch. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.